Ja, naja, ich hab einfach mal letztens so damit angefangen, hier so ein paar Spiele aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Naturschändungs-Simulator 2015. Auf jeden Fall will ich die Dinge auch immer so zeigen, wie sie eben halt sind. Oh, Sef, jetzt hängst du hier schon wieder 20 Minuten im Menü rum. Nimm deine Finger aus dem Hosenstall und hör auf zu maulen. Lass schon wieder keine Wäsche waschen, wat? Geiles Sneaks. Hab mich auch durchaus doch das ein oder andere Mal leicht erschrocken. So. Oh, Alter. Achtung vor den Bäumen. Action. Nein, ich hab's nicht gesehen. War das geil. Vor allem, weil er absolut mal nix machen kann, einfach mal. Pröste. Sprachgewalt. Dich irgendwie an... 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 Bläh... Sch... 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 Do not open. Emotion. Ach, richtig. Wie man das macht. Iiii. Das und nichts anderes bei eurem Sef. Vielen Dank dir fürs Einschalten. Lass mir doch ne Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schaut doch auch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Ansonsten gibt's hier richtig Stress. Schaut doch auch mal auf meiner Facebook-Sef-Sef-Sef-Sef-Sef-Sef-Sef.